Täuschen, Tarnen und Tauziehen ist angesagt. Sondierungsgespräche sind weit entfernt. Sortenkind Nummer 1 ist Herbert Kickl. Mit dem Chef der Stimmenstärksten Partei will keiner koalieren. Klartext fordert der Bundespräsident. Prompt reißt die FPÖ das Zepter an sich. Einladungen an ÖVP und SPÖ für kommende Woche, die sind verschickt. Natürlich wird die freiheitliche, insbesondere die freiheitliche Partei versuchen, der ÖVP nicht den roten Teppich auszurollen, aber doch die ganze Sache schmackhaft zu machen. Wie das Ganze ausgeht, können wir nicht sagen, aber grundsätzlich war die Vorgehensweise des Bundespräsidenten sehr elegant. Warum? Weil er den freiheitlichen Wählerinnen und Wählern signalisiert hat, ich schließe euch nicht aus, indem ich Herbert Kickl nicht in den Regierungsbildungsauftrag gebe, weil ich hole euch hinein. Im Gegensatz zum Bundeskanzler. ÖVP-Chef Karl Nehammer wiederholt sein Mantra. Mit Kickl kann er nicht. Das, was ich vor der Wahl versprochen habe, halte ich auch nach der Wahl. Rückendeckung kommt aus der Steiermark. Dort ist Wahlkampf. Was vor der Wahl gesagt wurde, soll auch nach der Wahl gelten. Deswegen unterstütze ich den Bundeskanzler hier. Ich hoffe aber dennoch, dass es eine stabile Regierung, eine Achse der Vernunft gibt. Laut der aktuellen Frage der Woche ist die Mehrheit der ÖVP-Wähler für eine Koalition mit der FPÖ, aber ohne Herbert Kickl. 52 Prozent sind dafür, 28 dagegen. 10 Prozent würden Kickl dulden. Diese Uneinigkeit zeigt sich auch in Graz. Das muss gehen. Ohne Kickl muss gehen. Ohne wird es nicht gehen. Und so schlecht wird er ja nicht sein. Auch nicht ohne Kickl. Alternative wäre Andreas Babler von der SPÖ. Der hat aber momentan andere Sorgen. Rudi Fussi will ihn als Chef überhaupt gleich ersetzen und der wahlkämpfende steirische Ortmann Anton Lang meint, Opposition wäre eh gescheiter. Die Babler-Fans, die werden rar. Ein großer Erfolg wie ein Misserfolg liegt immer auch am Spitzenkarreter. Aber natürlich nicht nur. Da muss man schon fair sein. Das Täuschen, Tarnen und Tauziehen der drei Sorgenkinder, das zieht sich mindestens noch eine Woche hin. Das ist die Deadline des Bundespräsidenten. Und dann, die Studenten kam er zu Karausche. Untertitelung des ZDF, 2020